Welche Tiere habt ihr gefunden? Naja, also wir haben einen Vogel. Ne, Quatsch. Entschuldigung. Den haben wir auch. Den haben wir. Vorschrift ist Vorschrift. Komisch. Das ist die Lösung. Was denn? Na, es ist wie das Bild von der Eule, das du gemalt hast. Ente. Ente. Vorschrift. Ich mache kleine Demonstrationen. Ne, pass auf. Das ist die Pizza. Du, ich finde das total lieb, dass du all diese Tiere pflegst und sie leben lässt. Ja. Wenn ich hier leben lässt. Pass auf. Das ist mein neuer Polizeischmuck. Ne, warte mal. Wir reden doch zu ihr. Pass auf. Das ist Pizza. Und jetzt werde ich meine Büroklammern in meinen Büroklammer-Sortierkasten sortieren. Und jetzt muss der Wein. Ja, hier wäre sehr windig. Der Fall wird immer seltsamer. Das ist die Prusch. Das ist schon immer wieder interessant zu erfahren, was für Hobbys die Leute heute... Wahrscheinlich hat er den Buzzer so umgebaut, dass er immer nur bei den Mädchen leuchtet. Und dann hat er bestimmt den auch... Hat er den... Hat er dann... Die Antworten verraten. Ja, und um die Zukunft vom Hof musst du dir auch keine Sorgen mehr machen. Ja, wir haben nämlich was gefunden, was ganz tolles. Nämlich genau... Also, weißt du... Eine Überraschung? Ja. Das will er dir sagen. Das wollte ich dir sagen. Du hast den Mädchen ihr Antworten verraten und lässt sie absichtlich gewinnen. Wahrscheinlich haben sie die... Ich habe die auch schon vertreten. Wir haben nämlich noch eine Überraschung. Wir haben jemanden gefunden, der für dich jede Menge Geld an Locken und Besucher sammeln wird. Ja. Kannst du denn beweisen, dass du dem Mädchen nicht die Fragen vorher verraten hast? Ja, klar kann ich das. Ich weiß... Ah, das ist natürlich ein Beweis. Ja, das stimmt. Dann ist das nicht überzeugt. Das stimmt. Ich lese sehr viel. Ich auch. Scheiße, jetzt habe ich den Text. Lied, bitte. Sie schmecken fast so süß wie mein Kaffee. Äh, tschiii! Scheiße, wir gucken noch raus. Schade, ist aber toll. Sagen Sie mal, Frau Lachsack-Schinken. Brack-Sach-Dinkel. Brack-Bach. Sagen Sie mal, Frau Lachsack-Schinken. Brack-Sach. Nein, was? Wie heißt ich? Brack-Bach. Ja, ja. Bist gleich dann und hetschi. Hatschi-Bumbatschi. Ist der bescheuert. Sagen Sie mal, Frau Lachsack-Schinken. Brack-Bach. Schinken. Brack-Bach-Dinkel. Ich bin ja auch der beste Kommissar der Welt. Und, scheiße. Sag mir mal, das wäre mir gar nicht aufgefallen. Deswegen bin ich ja auch der beste Kommissar der Welt. Da hat man... Nein, da hat sie mich durch den Land gebracht. Du hast es nicht schuld. Jetzt bin ich schuld. Jetzt haben wir es wieder gemacht. Warum fahren Sie das Auto nicht aus dem Halteverbot raus? Weil ich bereits... ...verboten gehalten habe. Was ist denn hier so lustig? Was ist denn los? Ach, ihr seid. Scheiße, mein Ding rutscht runter. Mein Ding rutscht runter. Vorsicht, mein Ding. Sein Ding rutscht runter. Da ist es runtergerutscht. Erst nach ordnungsgemäßer Zustellung des Kraftzettels darf das Kraftfahrzeug umgeparkt werden. Das klingt irgendwie vernünftig. Wir müssen die Bilder irgendwie anders angucken. Ja, ich glaube, ich bin erkältet oder sowas. Ist ja zum Glück nichts passiert. Guck mal, Kaya und Ansgar haben das Stichwort verpinnt und den Regen nicht ausgeschaltet. Ja, aber wir haben sie trotzdem lieb. Ja. Der Regen hat auf. Gehört. Steigen wir aus. Wie komisch der Marke. Ja, wie sollen wir uns denn nun trocken föhnen? Ah, am besten mit der Kreissäge. Ich bin der kleine Passat. Meine Nase. Da ist die Passatmama. Mama, Mama. Ah! Ich bin nach Hause. Sehr gut. Bitte sehr. Juhu! Juhu! Na, wie soll ich es sonst ausliefern? Zu Fuß geht er nicht, ich bin nicht so schnell. Ah, Telefono! Geh an die Telefono! Ich geh mal zur Telefono! Ja, geh hin! Ich geh! Warte! Klingel nochmal, bitte! Ah, hat er aufgelegt. Komisch, seit langer Zeit hab ich keine Gäste mehr. Ich versteh nicht. Nix in Reservatoren. Scheiße!